Ich möchte das. Ich geb Ihnen acht Mücken. Auf dem Etikett steht zwölf. Neun Mücken? Dazu ein Geschäftstipp gratis. Deal. Nun, wie lautet denn dein Tipp? Das ist ne originale 1970 East-West Kalbsleder Motorradjacke und zwar perfekt erhalten. Wern Sie, was ihr Scheiß wert ist. Denn sie wurden abgezockt. Worum geht's bei Ihrem Geschäft? Es gibt viele Leute, die das mit Häusern zahlen. Ich mach es mit Klamotten. Boom! Dollar Dollar Bills, y'all. Mann, wenn du kein HPV willst, würde ich die Beine lieber schließen. Das lauert überall, selbst in den Wänden. Ich kann mir total vorstellen, das für immer zu machen. Ich brauch keinen anderen Job mehr. Zocken! Diese Schuhe sind lächerlich. Keine Ahnung wieso, aber ich hab dich gern. Bringst du ein paar Red Bull und Haftpflaster mit? Denn heute bombst ich dir dein Sch... Deine Generation ist so abgefuckt. Geringe und kostenständige Nachfrage hohe Gewinne? Es läuft. Vertraut dir Ebay mal nicht mehr, hegen die einen Groll. Scheiße! Ich denke, das Beste für dich wäre ein Umzug zurück nach Hause. Da hab ich dich im Auge. Niemals. Ich verkaufe nicht irgendwelche Plüschtiere aus meinem Schlafzimmer. Ich gründe meine eigene Seite. Mag sein, dass es hinhaut. Mag sein, dass es scheitert. Aber es ist meins. Was ist das? Ein Spenden-Marathon-Thermometer. Das genau aussieht wie ein Penis. Tja, gerade ist das Teil so zur Hälfte angeschwollen. Wir sind auf der K... O-M-F-T. Sorry, ein Tippfehler. Ich meinte, oh my fucking God. Okay, nur zu. Unterschätzen Sie mich. Ich weiß jetzt total, wie alles läuft. Wo bist du denn hin? Weil der Stefan ist am Theater. Ach, Theater geh ich nicht mehr. Die laufen mir da zu viel nackig drum. Hast du eigentlich schon Charlie angerufen? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.